ENDE Moin moin, willkommen zur fünften Folge des FIFA 14 Ultimate Team Pack Openings Und heute sind wir wieder dabei, okay, wie in der letzten Folge, live for live, er ist gerade dabei die Spiele zu löschen Ich mag das, schaffst du schon alleine Ja und, heute werden weitere 5 Packs aufgemacht, wir haben ja natürlich jetzt am Ende letzter Folge ein Check-Pot gezogen Okay, Check-Pot ist echt nett Aber es ist schon schön, wenn man Mario Balotelli und Maxis zieht in einem Pack Ich finde es schon ganz schön Ehm, gehen wir mal jetzt weiter Shop Ganz einfach Und da ist Messi drauf, dann kann er Messi drauf und ist sie drin, oder? Na komm, diesmal schau mal weg, du schaust auch weg Nö Aber du darfst nix sagen, ich schau weg Ich schau mal hin Scheiße Mann, das ist doch Die hab ich erst verkauft, ey Die kriegst du sogar verkauft Mann, das ist wieder das Das sind wieder solche Packs, ne? Das sind wieder solche Packs, ne? Ja, denke ich mir Das ist... Das ist... Das ist... Irgendwie blöd, ne? Und ähm... Ich wollte eigentlich nicht, dass es wieder so anfängt Aber es fängt so an Können wir nicht viel machen Und das wird dann gleich das nächste... Geöffnet Ey Let's Das ist doch wieder ein normales Brose-Pack Die ist doch wegen so, wenn ich hätte das Für die Nummer ist doch wegen B-Pack Ruh, 400 Münzen, wow Das ist doch viel Das ist doch viel Ja, ist Das ist ein Goldspieler Hey, der ist cool mit dem euch mal gespielt Ein schlechter, sehr schlechter Goldspieler Der kommt ins Verein Was sind die Verträge? Ich bringe nur was für Brose-Spieler Ja, eben Und ich hab Brose-Mannschaften Und der wird abgeschossen Für 101 Münzen Yay Ich hab hier Messi kaufen Okay, der war so schlecht Ich entschuldige mich Kommt Tim McHale, bitte BITTE Das ist ein schwarzer Spieler Ein Info-Spieler Ihr hört es? Das ist ein schwarzer Spieler BITTE Ihr hört es? Auf mal mal Alle Und Was ne? Giga Gagano Gagano hab mich auch gezogen gestern Das sind 4 Spieler Das ist ganz okay Dead-Eye-Spieler Gagano hab ich Die Dead-Eye-Spieler Ja Sehr cool Wie die Skills hat Nee Das ist cool, ne? Gagano hat den erst gezogen Den Kriegs nicht verkauft, glaub mir Ja, den Kriegs nicht verkauft Das sind 6 Spieler Das ist Das ist schön Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Du weißt du sollen, oder? Du weißt es Du weißt es Du weißt es Verhalte ich Alles behalten, oder? Mach die Spiele auf Mach die Spiele auf Tammeni hab ich auch gezogen Ich krieg direkt von den Verkauf Hier wird alle Spiele verkauft Witzel Lang genug Ähm Mach's So Zwei Packs Sieh doch aus, als wär's Zwei Packs noch Ja Falkaro bringt mir kein Glück Das hat mir noch nie Glück gebracht Messie vielleicht Messie drauf, Messie drin So wird wahrscheinlich nie sein, aber Denkst Irgendwann werde ich mal Messie ziehen Denkst du wirklich? Nee Ja Das kannst du vergessen Andresstern Nande Du wir scheiße Komm bitte was gescheites Bitte Der ist gut Andresstern Ja Aber den hab ich schon öfters Und der ist ein Pidoblick Ah Für wenigstens Teamtraining Scheiß Park Hey Nee egal Man guckst immer gleich auf Ali Drive Was steht nicht Kleine Ahnung Oder halt einfach zwei Friefer Ne Nee oder Nee Ich krieg nur zwei Siebenfünfer Siebenfünfer 5K Packs Nee Ja Man soll nur Okay, verstehe ich doch nicht Ja Puyol Habe ich schon Und tausend Münzen Schnellverkauf Genau Die krieg ich verkauft Ich kann drüber von Interfektion verkauft Oh, die Deinzverliste Guero Mal wieder Guco Nee, das ist Plan Und jetzt kannst du Weil ich vertreibende Mitten im Heilung Verträgefitness Und Das ist Das ist Wie der so scheiße Wie die dritte und die zweite Folge von Fake opening Ne Weil die vierte 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 Aber Aber Hm Ich hatte noch So ein Silber So ein Erzählendes Silber Wann war da muss ich kurz mal Nee, ich hab schon dazu gezählt Wahrscheinlich Also mal schnell noch was schnell verkaufen weil ich brauche und ich glaub drei Ich hab einfach mal kurz ähm Verträge Warte mal 3750 Ähm Ich würde sagen einfach zwei Zwei Äh nee Drei Nur Spieler lol Verträge schwer verkaufen hast du die nur Verträge sind so Aber auch Subjekte Nee, nicht schwer verkaufen, sondern einfach so Ich verträge Du kannst sofort kaufen am weekend Du kriegst immer sofort aus Das reicht einfach an Was du nur so wenig träge Nur so wenig und mal hier acht und selten Aber was ist der Verkauf Du kannst nicht sagen was ich schwer verkaufen Ja, ja, die jetzt geht so ein Wenn ich's schon verkaufe jeder Verträge für 200 sucht, ne Ok, jetzt willst du dir das noch heute, komm Hackbollaor, das wär doch so geil Hackbollaor, oder Du bist sowieso nicht Das wäre doch einfach ... neulich jetzt akbondor ziehen würde die es ist weg heute ja der scheiße übertreten nicht so schlecht ich glaube ich mache mir das silber bundesliga mannschaft deswegen kriegt die richtigen schaue nicht so gut er geht auch weg ja es war ein bisschen ja richtig scharf in den verein jetzt war ein verein 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 ein verkauf und das war weil bloß nicht vom stuhl ja also diese länder wird jetzt nicht vom hocker kauf aber ihr wisst es wahrscheinlich schon ich habe ja aber die 35.000 die jahre oder jetzt auch noch mal rein die erste folge also die vierte folge also die erste folge der aufnahmesession aber besser als die zweite folge aber ich hoffe das stört euch nicht den daumen hoch zu geben ja verabschiede dich einfach mal ja ja da muss man ja hau denn rein selbst was gut wird ja oh ok